Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunger Games und wir probieren hier direkt wieder in die Kisten zu kommen. Und es geht auch schon los. Es sind wie bei den letzten beiden Runden, glaube ich, nur 20 Sekunden Grace... Wo ist die Melone hin? Egal. Alter, das hat eben rumgelegt. Nur 20 Sekunden Grace Period, aber egal, wir probieren hier mal wegzukommen. Ohne, dass uns irgendwer direkt am Spawn killt. Und schauen, wo wir hinkommen. Es ist wieder der Rennschnitzel Hunger Games Server. Ich glaube, Rennschnitzel hieß der, ich weiß es nicht genau. Aber wir ziehen jetzt mal hier unsere Hosen an und schauen hier mal. Die Map kenne ich auch nicht. Letztere Zeit kenne ich die Maps gar nicht mehr, die ich hier spiele. Aber egal. Schauen, 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 schauen. Was ist hier? Kiste irgendwo? Kiste, ja Kiste. Ja Mann, geil. Wenigstens eine etwas bessere Ausrüstung. So, so, so. Und das Ding anziehen, dann passt es. Ähm, ich habe eine Runde eben gespielt, aber die werde ich, denke ich mal, nicht hochladen. Was? Killed with air? Achso, nur so, okay. Warte mal. Wir sind doch nicht nur noch zwei Spiele. Na, wir sind noch 13. Okay, dann war das aus der anderen Runde. Egal. Ähm, Zug. Ich will nicht zum Zug, ich will da oben an die Kiste, die da. Doch, die Map habe ich schon mal gespielt, fällt mir gerade auf. Da bin ich hier drunter langgelaufen. Da ist auch von da oben einer runtergejumpt mit meinem Diamantschwert und hat mich getötet. Da habe ich so richtig mies rumgeraged und deswegen wollte ich das nicht hochladen, weil das nicht so ganz in Ordnung wäre, wenn ich das gemacht hätte. Sind irgendwelche Kanonen sollen das, glaube ich, darstellen, aber wir probieren einmal hochzukommen. Das scheint hier zu gehen. Hier ist nichts, hier geht es hoch. Hier komme ich nicht hoch. Doch, komme ich. Ohne Probleme sogar. So, so. Und dann geht es da hoch. Da gehen wir jetzt mal hoch und schauen, was da oben in der Kiste drin ist, solange da noch niemand war. Tut mir leid, wenn die Runden nicht immer so lang sind. Zehn Minuten vielleicht mal oder vielleicht manchmal sogar noch weniger, aber ich kann eben nur die mitmachen, wo es auch passt, also wo ich reinkomme. Wenn ich nicht reinkomme, also da unten ist auch noch eine Kiste, die haben wir eben übersehen. Da gehen wir jetzt mal hin. Also wirklich lange Runden sind es jetzt nie, weil wir nicht wirklich viele Spieler immer sind. Weil die Leute immer starten wollen und nicht warten können, bis noch mehr kommen. Aber das ist ja auch mal cool, sowas. Fische. Hose brauche ich da unten nicht, also nehmen wir Fisch. Ähm, ja. Wir probieren hier mal weiterzukommen. Ja, das ist der Rennschnitzel Hunger Games PvP-Server. Für einen Zeitvertreib, das finde ich sehr cool. Gibt es am Spawn von dem Server auch noch PvP, äh, nicht PvP, sondern Spleave. Da werde ich, denke ich mal, auch noch mal ein, zwei Runden mal aufnehmen. Also zusammen, weil das geht relativ schnell. Einfach so zum Zeitvertreib, falls man auf den Server oder so wartet. Gehen wir hier mal hoch und suchen noch mal ein paar Sachen. Achso, hier? Ah, ich habe mich das letzte Mal nämlich gewundert, wie der hierher gekommen ist, weil er mich getötet hatte und ich nicht mehr gucken konnte. Da hat wieder Arena geläftet und da finde ich scheiße, dass dann auch noch ein Blitz kommt. Aber da vorne hatte ich eine Kiste gesehen, also gehen wir zu der Kiste hin und ich labere so viel Bullshit, das geht gar nicht. Aber egal, Kiste? Nichts drin, hier war schon mal wer, verdammt. Oder die Waffen war von Anfang an leer, das kann auch sein. Wir schauen mal weiter. Okay. So. Da ist ein Bett. Wir gehen hier mal hoch, vielleicht gibt es hier hinten irgendwo noch welche. Wir sind noch... Achso, ich dachte eben, wir hatten einen Iron Sword, aber egal. Wir sind noch acht Leute, war es diesmal auch noch eine... Wir sind noch sieben Leute, ist dieses Mal ja eine etwas größere Runde, aber... Der hält nicht weniger als der. Warum waren da zwei drin? Egal. Und letzte Runde hat gerade... Stand da gerade im Chat, dass Tip Tim... Wie heißt der? Doch, Tip Tim, letzte Runde... Äh, diese Runde im... Arena 1 gewonnen hat. Hat mich auch getötet. Das hat mich auch aufgeregt. Aber egal. Mein Gott, ich bin weg. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Ich bin hier schnell weg. Fuck, ich kann bald nicht mehr sprinten. Das ist scheiße, aber richtig. Ich muss was essen. Komm, noch einen. Jetzt komm. Komm, du hast schon... Ja, Mann, der hat schon Schaden gehabt durch unsere Dingens und dann noch mehr. Und jetzt kann ich nicht mehr sprinten, also muss ich was essen. Ich hoffe, jetzt kommt niemand und snackt mich weg. Noch mehr essen. So, was zieht... Oh mein Gott, der hatte geile Sachen dabei. Das ziehen wir an, die ziehen wir an. Besseren Helm hatte er nicht, aber dafür ein besseres Schwert und davon sogar mehrere. Er hatte auch so viele Bögen, das gibt's gar nicht. Noch irgendwas? Nein. Essen. So. Hammergeil. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den bekommen. Ich dachte, die Runde wäre schon wieder zu... Ach du fuck. Wie soll man da denn bitte hinkommen? Ich denke mal, da soll man dann reinspringen, aber das will ich jetzt mal nicht. Äh, ne, von da oben kommt man nicht hin. Egal. Ich denke mal, wenn man Blitzer zerschlagen würde oder so, dann kommt man da auch hin. Aber müssen wir jetzt ja nicht. Wir fliehen jetzt nochmal weiter weg. Nicht, dass noch irgendwer kommt. Und wir haben unseren ersten Kill, diese Runde. Hammer. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den töten können. Aber wir haben es geschafft. Was ist denn das? Sieht aus wie... Weiß ich nicht. Da ist eine Kiste? Sieht aus wie da ist eine Kiste. Naja, nicht wirklich. Das sieht so aus wie eine Kiste. Aber da war eine und da gehen wir jetzt hin. Und hoffen, dass da was Tolles drin ist. Oder dass da überhaupt was drin ist. Besten Essen oder so, weil davon haben wir nicht... Ach da. Bin schon drüber. Uh, Essen. Verdammt, die Lederrüstung lasse ich jetzt hier. Hier geht sowieso kein Schwein hin. Den nehme ich vielleicht nochmal mit. Und was waren da jetzt drin? Ich habe jetzt nicht geguckt. Eine Suppe. Ich habe hier doch irgendwo wen gehört. Oder bin ich jetzt doof? Nee, so wie es scheint nicht. Also, dass ich niemanden gehört habe. So. Das hinten sah hier eben so aus. Das dachte ich am Anfang auch, als ich die Dinger da gesehen habe. Dass das hier ein Flughafen oder so wäre. Und das sieht wirklich so aus, als ob es einer wäre. Und hier ist Lava drin. Und das will mir, glaube ich, nicht gefallen. Nee, wir gehen hier nicht lang. Ach nee, das führt ein... Was ist denn, dass das ein Jet darstellt oder ein... Ein Ding ins. Auf jeden Fall sieht es kaputt aus. Kommen wir hier wieder raus, ist die Frage. Ja. Okay, so hätten wir auch reingehen können. Dann hätten wir uns die Druckplatten erspart. Weil das können ja auch Fallen sein. So wie das aussieht, war hier schon mal wer. Weil hier sind alle Dinger irgendwie umgeklappt oder auch nicht. Oder vielleicht doch. Oder auch nicht. Oder vielleicht doch. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Hier gibt es nirgends Kisten. Oder ich bin einfach zu doof, die zu finden. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall mehr, als auf der einen Map, auf der ich vorhin war. Alter, ich dachte, da wäre wer durch das Ding. Aber das war niemand. Egal, ich springe jetzt runter. Haben wir eigentlich goldene Äpfel? Nein, leider nicht. Okay, wir haben so die beste Rüstung, die wir zusammen haben, denke ich mal. Also jetzt, die wir im Eventar haben könnten. Haben wir auch angezogen. Da oben hängt eine Kiste drunter. Ich will mal wissen, wie viel wir noch sind. Habe ich schon? Ja. Drei sind wir noch. Okay. Da ist er. Mein Gott. Alter, ich bin schlecht gerade. Komm, zerplatzt. Ja, Mann. Zerplatzt. Ich will das Eisenschwert haben. Genauso. Einen Bogen brauche ich nicht. Brauche ich davon noch irgendwas? Nein. Ja, ein Eisenhelm. Geil. Okay, wir hauen ab. Weiter weg, weiter weg. So, zweiter getötet. Ach, wir sind am spawnen. Deswegen kam mir das eben so ein bisschen bekannt vor. Ähm, wie ist, wer ist denn noch dabei? Motte 3010. Äh, wir nehmen das Eisenschwert in die Hand. Damit macht man, glaube ich, mehr Schaden. Ich weiß es aber nicht. Warte. Motte. 3010. Spawn. Fick. Mal schauen, ob der, die, was auch immer, sich drauf einlässt. Und schauen, ob er kommt. Oder sie. Oder was. Da. Okay. Er ist mir sogar hinterher gerannt. Komm, du gehst drauf, du gehst drauf. Ja, Mann. Wieder gewonnen. Also, in letzter Zeit gewinne ich immer. Wir sehen uns bei den... Voll Eigenlob und so, aber egal. Wir sehen... Achso, ein Drummer King. Ich dachte, ein dummer Krieger oder so steht da. Egal. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Pew. Eww.